Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Fabrizierte Fabrikationen anzunehmen bei Samuel Wilhelm in das Sturmsanktal. An dieser Position hier bin ich. Nehmt die Quest gleich mal an und zeige euch, was man bei dieser Quest machen soll. Hier sieht man es. Einfach diese Mobs töten in diesem Gebiet. Die droppen diese Quick-Shifts Bauplan. Davon soll man ja acht sammeln. Einen habe ich schon. Die Wundern sind ein paar Mobs mehr. So, mal schauen. Zwei Stück. Brauche ich jetzt noch fünf. Die Hälfte habe ich schon. Ohne uns ist Kultiras Fischfutter. Ich wollte ein paar Mobs zusammen sammeln, aber das sind nicht viele. Ich töte diese Maschinen zuerst, dass sie kicken. Und es nervt mich. Uh, zwei Stück. Und das sind jetzt ein paar Mobs nachgespawnt. Jetzt brauche ich noch einen Bauplan. Vielleicht habe ich ja Glück. Es hat gerade gewickelt. Oh. Und der ist auch schon der Bauplan. Angriff 1. Nun geht's zur Quest-Abgabe. So. Quest ist abzugeben bei Samuel Willem. Da steht gerade ein Spieler auf ihm. In ihm. Jetzt sieht man ihn. Danke dem Spieler. Und das Ganze in das Sturmsanktal. In dieser Position. Hier bin ich. Ich hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao. Ciao.